Willkommen bei Telcel. Es ist ein grandioses Produkt. Es ist, sagt, es ist nicht zu groß, aber auch nicht zu klein. Wir haben ein Modell, das kann passen, Leute. Siehst du, dies ist grandios. Das Produkt ist gut, wenn in der Winter, als es kalt ist. Aber auch für Mode, als es Sommer ist, ist die neue große Mode. Alle haben da. Hallo, haben Sie immer das Problem, dass Ihre Musik nicht laut genug ist? Dann muss Sie unsere Box jetzt kaufen. Was kann erst tun? Es kann sich mit einer Laptop oder Handen verbinden. Es spielt Ihre Musik louter ab. Es kann auch an eine andere Box angeschlossen werden. Krugsocken. Für wenn Sie kalte voessen halten, socken mit Kruggen. Sie geben hässes Wasser in die Krug. Dann lassen Sie die Socken für eine Minute liegen und Sie die Socken an. Er gibt vier Farben. Blau, Pink, Lila und Grün. Sie sind schön weiß. Sie bekommen warme Vissen und Sie haben schöne weiße Socken. Sie sind so besonders. Sie werden sehr säen als normale Socken, aber immer noch Kruggen inhalten. So hast du kalte voessen und kannst du keine gute Socken finden. Kauf diese. Hallo, ich bin Adrian und das ist der Flamingo. Der Flamingo ist ein anpassbarer Plus. Du kannst dein eigene Hut für dein Flamingo machen. Du kannst Fotos von 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 dein Flamingo machen. Und viel mehr. Es gibt fünf Farben des Flamingos, schwarz, weiß, grün, blau und natürlich pink. Der Preis beträgt 11,11 Euro für zwei Flamingos. Der Preis beträgt 30,11 Euro für zwei Flamingos. Der Preis beträgt 30,11 Euro für zwei Flamingos. Musik Das Klavier habe zwei Speakers und ein Halter vor das Notenblatt. Das Klavier steht vor das Fenster in mein Zimmer. Sie können das Klavier abholen an Barchese, Strat 40 in die Haupt. Hier sehen Sie das Wiete-Board. Auf eine Wiete-Board kannst du Hausaufgabe, Planungen, Einkaufszettel und Notenschreiben mit einem Stift. Das Board ist magnetisch, dadurch kannst du Fotos anhängen. Du kannst das Wiete-Board in verschiedene Größen kaufen. Auch gibt es verschiedene Farben und Dicken für die Stifte. Mit die verschiedenen Dicken werden deine Zeichnungen noch deutlicher. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.